hallo liebe freunde bei einer weiteren folge airport CEO hier bei Mike spielt ja wir haben hier oben ja noch das problem dass die hier irgendwie nicht starten wollen ich weiss nicht woran das das liegen mag er will zwar starten aber er kann aus irgendwelchen Gründen offensichtlich nicht keine Ahnung wieso ich weiss ja auch nicht was der hier macht ja das scheint auch immer noch nicht zu funktionieren aus irgendwelchen Gründen auch immer werden wir jetzt mal die Flüge canceln ja jetzt haben wir hier natürlich überall Flüge drin also der Remote Stand geht bei mir irgendwie nicht so wirklich auch kann ich irgendwie aus irgendeinem Grund keine ja die andere Landebahn nicht in Betrieb nehmen wie mir scheint da haben wir die ganze Woche bereits voll ja da müssen jetzt wirklich alle Flüge raus damit ich da mal abchecken kann warum das das nicht geht also nützt mir das erste Ende eigentlich gar nichts um ehrlich zu sein ja der ist eben schon da will einer anscheinend London ist das das Problem sie eine London möchte die nicht wirklich als da oben ist mal ein doch Ja, irgendwie ist das Ganze etwas komisch, weil das hier nicht funktioniert. Keine Ahnung wieso, das Ding ist da verbunden, auch die Ausgänge wären da richtig positioniert. Keine Ahnung. Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen woran es liegt, aber irgendwo hat es hier einen Fehler drin. Das auch nach dem Neustart. Was vielleicht daran liegt, weil wir diese Landebahn hier noch in Betrieb haben, dass das vielleicht das Problem ist. Aha, jetzt landet hier oben einer. Ja, du kannst hier nicht raus. Moment. Was ist das jetzt für ein Problem? Geht bei der Reihe. Kann ich den reichen, wenn ist das hier das Problem? Set 2-Way. Ja, das ist das Problem. Set 2-Way. Ja, das ist das Problem. Okay. Okay. Ich hab Simon noch einen schönen Tag. Ich hab mir noch einen schönen Tag. Warum haben wir noch einen schönen Tag. Warum haben wir auch einen schönen Tag? Ja, ich hab mir gesagt. Ich hab mir gesagt. Ja, da fällt der Entry Point, aber das, ja, ich den jetzt wieder wegkriege, das ist jetzt wieder die andere Frage. Der Runway ist geschlossen, Jungs. Der ist ja geschlossen. Ich kann höchstens die noch wegbauen. Der ist ja komplett geschlossen jetzt. Ich checke es nicht. Ja, das ist jetzt irgendwie kurios das Ganze, dass ich den jetzt nicht am Weg reissen kann. Obwohl ich den geschlossen habe. Okay. Jedenfalls die Landebahn da oben, die funktioniert. Müsste ich die noch erschliessen. Nee. Also die Staaten landen jetzt da oben auch. Das Ganze ist irgendwie ein bisschen suspekt. Komisch. Das hier weiß er auch noch nicht, warum das denn nicht funktioniert. Das hier weiß ich nicht. Ah, jetzt hat es eine Strasse gekriegt. Okay. Ist auch noch komisch. Gut. Den können wir mal mit dem Service-Core verbinden. hierhin. Dieses Teil verbinden wir mit dem Stand ebenfalls hierhin. Dann ist der Remote Shuttlebus hierhin. Das hier nämlich auch. Ja. Der Zugang weg. Stand Connection. Dies Boarding Desk. Stand ist deaktiviert. Das ist klar, weil der hier deaktiviert ist. Gut. Das Package Bay ist hier. Ja. So. Jetzt sollte der doch eigentlich funktionieren. Hier doch einer. Ah, da ist die Große. Haben wir hier irgendwo auch noch einen Kleiner. Hier sind die Kleinen. Hier zum Beispiel ein solcher Hinsetze. Feiert ist doch das funktionieren. Ist der noch nicht weg? Nee. Irgendetwas will offenbar. nicht so wirklich geht der rei ist weg hier ist eigentlich schon lange weg sein ich habe es nicht so wirklich geht der rei ist nicht so wirklich geht der rei ist Ja, es ist ganz komisch, das Ganze, dass ich den hier nicht mehr wegkriege, macht mich irgendwie wahnsinnig, nicht? Es ist so etwas von komisch, man glaubt kaum. Aha, jetzt funktioniert wenigstens mal ein Remote Stand. Aha, der funktioniert jetzt wenigstens. Gut, wenigstens etwas, das funktioniert. Gut, dann können wir den eigentlich wieder reinsetzen. Warum der hier, warum ich den nicht wegkriege, das ist mir ein grosses Rätsel, das sich nicht lösen lässt. Wo sind eigentlich unsere Mitarbeiter? Also sind jetzt alle hier am Bauen. Braucht ihr mal noch Hilfe oder wie sieht das aus? Wir wollen hier mal kurz halt alle, damit die mal fertig werden langsam. Hätten wir das Teil mal bauen können. So. 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 dann vielleicht geht. Ne, geht auch nicht. Ja, komisch das Ganze. Die ist der Vertrag ausgelaufen, den ersetzen wir jetzt mal kurzerhand. Das hier. Hier haben wir auch noch zwei neue Teile. Das kriegen wir hier runter. Den hier. Gut. Ja, die Sitzbänke ist schon eine hier. Oh, die sind aber gut besucht hier. Ich hoffe, dass die mittlerweile mal etwas fertig werden da. Oh, da haben wir eh noch etwas asymmetrisch gebaut. Ja, hier entsteht natürlich ein wenig ein Stau. Das ist ganz klar. Die sind jetzt alle da oben hin verbunden. Mittlerweile sollte der eigentlich mal weggehen. Da hinten hängen natürlich noch welche Flugzeuge rum, welche natürlich nicht mehr landen können. müssen wir hier eventuell noch etwas Platz schaffen, die noch landen zu lassen. Das sind nämlich immer noch Flugzeuge im Anflug. Deshalb ist das Problem. die zum Beispiel. Aber es kann sein, dass sie vielleicht nach dem Neustart des Spiels dann weg sind. Das müssen wir dann halt schauen. Ja, ich hoffe einfach, dass die mal hier langsam etwas in die Gänge kommen, da die Jungs. da wird unser Flughafen besser betreiben können. Ja, und hier wird es dann mal Zeit für vielleicht noch eine andere Strasse. Sollte eigentlich der kommen? Sollte da ja nicht schon einer da sein. Sollte da ja nicht schon einer da sein. Kurz schauen. Ja, Generator haben wir sicher zu wenig. Airside Shuttlebus haben wir einer zu wenig. Und Servicecar auch. Okay, dann kaufen wir für den beiden noch mal einen. Einmal diesen, einmal diesen. Dann würde ich hier gleich auch noch Mitarbeiter einstellen. Und zwar Ramp Agent. So, und Generator nehmen wir auch gleich noch ein paar dazu. Und ein paar Airpods Doffs. So. Gut. Zwischen der Zwischenzeit können wir das hier mal noch umbauen. Weiss nicht, geht das überhaupt, wenn wir das einfach hier verbinden. und das einfach da so verbinden. Das wäre jetzt ebenso fertig an. Ich nehme die einzelne Fiber. Das ist eigentlich nicht so. Ich nehme die Käutung. Und zwar, wie das ist. Das wäre für uns im Übruner. Wir sind jetzt schon fertig. Tschüss. Oder? Wie das ist. Wir kommen jetzt. Also Sie haben hier eine schöne Karte. Ich habe hier gerade noch mal. Ich nehme die Karte. Ich nehme die Flasche. Ich nehme die Karte. Ich nehme die Karte. Sie habe mal hier in die Zin. Vielen Dank. Ja, bis jetzt funktioniert es mal noch. Uiilala. Ja, das ganze Gewusel hier. Ist schon cool. Oh, dann sind sie jetzt sobald fertig. Das ist schon sehr gut. Sobald das fertig ist, können wir da nämlich die Landerwohnen hier eröffnen. Und jetzt gibt es hier gleich mal Set One Way in die Richtung. Gut, jetzt können die nämlich hier schon durch. Dann ist das Starten und Landen. Piste eröffnen. Hier soll ja sowieso keiner lang. Gut, ihr seid dann nur noch für Abflüge. Moment, Ankünfte, wollte ich sagen. Die anderen müssen jetzt hier lang. Abflug, Ankunft. Gut, der geht schon mal richtig. Die anderen beiden hier werden auch folgen. Das geht immer noch nicht. Okay. Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Dann werden wir auch zusehen. Dann werden wir das hoffentlich zum Laufen bekommen. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch allen alles Gute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020